Heinrich hat es schon wieder getan. Eine neue Uhr bzw. eine neue Variante einer bekannten Uhr. Du bist neugierig? Bleib einfach dran, denn ich zeige es dir auf meinem Kanal. Mein erstes Video über Heinrich Taucheruhren war anscheinend sehr, sehr interessant für euch. Und deshalb war es für mich eine Selbstverständlichkeit zu sagen, ich zeige sie gerne auf meinem Kanal, als Wolfgang Heinrich mich anrief und sagte, er hat eine neue Variante der bekannten und beliebten Heinrich Taucher. Ich bin gespannt, was ihr zu der Uhr sagt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber bevor ihr das tut, wenn ihr noch mehr von dieser Art Videos sehen möchtet und es noch nicht getan habt, dann lasst doch kurz ein Abo da. Mir hilft das total, euch kostet es nichts. Und damit stellt ihr sicher auch zukünftig keine Updates oder Neuvorstellungen von mir zu verpassen. Aber jetzt schauen wir uns die Uhr doch direkt einmal im Detail an. Die Heinrich Taucher. Ja, wie schon erwähnt, es ist eines meiner deutlich überdurchschnittlich geklickten Videos. Das zeigt mir, dass euch die Uhr gefällt. Und deshalb freue ich mich total, euch heute ein Update zu der bereits erfolgreich am Markt etablierten Heinrich Taucher 1 geben zu können. Wolfgang Heinrich hat mich angerufen und hat gesagt, ich habe meine Heinrich Taucher in einer Version 1.1 erneuert, geupdatet, etwas auf den Zeitgeist gebracht, beziehungsweise auf die Wünsche meiner Kunden eingegangen. Und was genau ist passiert? Ein Punkt, den ich sehr begrüße, es gibt jetzt kleine Indizes für die Minuten. Die Heinrich Taucher 1 hatte nur die 5-Minuten-Indizes, sodass man die Uhr nicht wirklich minutengenau stellen konnte und auch nicht wirklich minutengenau ablesen konnte. Das ist hier auf eine sehr dezente Art korrigiert. Es fällt eigentlich auf den ersten Blick kaum auf. Sie hat das wirklich gleiche Design wie die Heinrich Taucher 1, aber mit Minutenindizes, die sich sowohl hier oben im Glas widerspiegeln, als auch auf dem Ziffernblatt sichtbar sind. Durch das Glas werden sie wiedergespiegelt, weil das Glas ein kleines bisschen übersteht. Und das ermöglicht eine Reflexion einzufangen der kleinen Indizes auf dem Ziffernblatt. Was hat sich noch geändert im Vergleich zur Heinrich Taucher 1? Die Heinrich Taucher 1.1 wird nur in einer Version ohne Datum angeboten. Das bedeutet, die Ghost Position, die Geisterposition, die nutzlose Datumsposition beim Stellen der Zeit wurde entfernt, so dass wir hier ein leicht modifiziertes Selita SW 200 Strich 1 verbaut haben. Und im Vergleich zur Heinrich Taucher 1, die das Selita SW 200 in der Standardversion verbaut wurde, gibt es jetzt dieses Werk in der Elaboré Version. Die orangefarbene Lume, die ich euch auch gleich noch zeigen werde, ist in Zusammenarbeit mit RC TREETEC SWISS entstanden als Superluminova X1. Die weiße Leuchtmasse, die ihr hier nicht seht, wäre SWISS Superluminova BGW 9. Ich kann sagen, es gibt diese Uhr in unterschiedlichen Varianten, unterschiedlichen Farbvarianten. Die grüne gefällt mir persönlich am besten und deswegen zeige ich die euch hier sehr gerne. Das Band passt, wie auch bei der Heinrich Taucher 1, sehr gut ins Gehäuse. Ein schönes Band, ein etwas ausgefallenes Band, was auch weich und angenehm am Arm liegt. Wie bei allen Uhren meiner neueren Videos zeige ich euch natürlich auch, wie die Zeiger gesetzt sind. Die Uhr hier wird mit 799 Euro verkauft werden. Die ersten Uhren werden im Januar ausgeliefert. Bei der Auslieferung der zweiten Charge mit allen vier Farben wird es wohl Mai werden. Das zeigt nicht nur die Probleme in der Lieferkette, die fast alle Uhrenhersteller haben, entweder Lieferkette oder aber Mitarbeiterressourcen. Es zeigt auch, wie begehrt diese Uhr ist. Ich habe das noch nicht probiert, aber ich gehe einfach davon aus, dass die Zeiger, wie bei allen Uhren, die ich von Heinrich auf dem Tisch hatte, gut und sauber gesetzt sind. Stunden- und Minutenzeiger sind absolut perfekt ausgerichtet. Da kann man überhaupt nicht sagen, passt alles wirklich gut. Die Uhr ist wie die Originalversion entsprechend auch wasserdicht, so wie es auf dem Ziffernblatt zu lesen ist. Ich spare mir das Runterbeten aller technischen Details mit Maßen, Daten, Fakten, weil ich euch am Ende des Videos mein Originalreview verlinke, wo die entsprechenden Daten alle drin sind und ihr euch auch mein erstes Originalreview anschauen könnt. Ich finde diese Uhr in der Tat ein sehr gutes Upgrade. Gefällt mir wirklich gut. Insbesondere die kleinen, feinen, nicht störenden Minutenindizes, die das Gesamtdesign kaum beeinträchtigen, aber funktionell tatsächlich einen Mehrwert liefern. Gefällt mir gut. Eine wunderschöne Uhr, die mir so tatsächlich noch einen Tick besser gefällt als das Original. Und jetzt zeige ich euch auch gerne noch, wie die Uhr bei Nacht aussieht. So, das Licht ist aus. Wir beleuchten kurz die Uhr, damit wir auch ein entsprechendes Nachtbild haben und schauen uns die ganze Uhr einmal an. Ihr könnt sehen, meine Handschuhe sind noch sichtbar. Es ist noch nicht mal richtig komplett dunkel und trotzdem ist die Uhr richtig toll ablesbar. Wirklich schön klar deutlich. Mir gefällt das richtig gut. Ich mag die großen Punkte. Ich mag auch die Reflektionen in der Kante des Saphirglases, was übrigens ein abgeründetes Saphirglas ist, keine facettierte Kante. Zeiger gut lesbar, Indizes gut lesbar und das aus einem sehr breiten Blickwinkel. Klasse Uhr, super. Gefällt mir sehr gut so. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Tschüss, euer Axel. Und dann, Bis zum nächsten Mal.